Das Rhein-Bohr-Paradiese Beach Resort Ex-Paradise Sandy Bay liegt in Tanjung Bunga in Penang. Das Rhein-Bohr-Paradiese Beach Resort Ex-Paradise Sandy Bay ist sehr beliebt unter den Gästen 100%. Empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 45 Gäste, die das Hotel bewertet haben, vergeben durchschnittlich 5,2 von 6 Sonnen. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer, Sauberkeit, häufiger Wäschewechsel, gute Ausstattung wie Fernseher und Balkon, das macht ein sehr gutes Zimmer aus. Die Hotelgäste sind sehr zufrieden mit den Zimmern und vergeben 5,6 von 6 Sonnen. Service 5,5 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Hotel allgemein Die Gäste geben dem Hotel für den Zustand allgemeine Sauberkeit sowie Freundlichkeit des Personals eine sehr gute Bewertung von 5,3 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung Eine gute Lage zeichnet sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand aus. Das Hotel bekommt für die sehr gute Lage eine Bewertung von 5,1 von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme Für das gute Sport und Unterhaltungsprogramm vergeben die Gäste 4,8 von 6 Sonnen. Gastronomie Viele Gäste sind der Meinung, dass dieses Hotel eine gute Küche hat und vergeben hierfür 4,7 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.